Moin, ich bin euer Kingside und ich bin der Macher und Gucker und sowas von der Seite talk.gllclan.de und ich zeig euch jetzt mal die Seite und ihr seht ja, ich hab kein Geld und deswegen muss ich einen gelben Sack mit Hawaii-Ketten tragen und deswegen zeige ich euch jetzt mal, wie es weitergeht, ich nehme jetzt die Kamera, weil ich kein Geld hab und zeig euch die Seite, da ist so ein hässlicher Typ, der sieht total scheiße aus und dann klickt man da rauf und dann ist dahinter noch so ein hässlicher Typ, der sieht genauso scheiße aus und der auch und der auch und, äh, dann gibt es ja noch ganz viele andere schöne Sachen, zum Beispiel so einen Shop da kann man ganz viel Geld ausgeben aber das muss man halt können, da muss man von Mama die Kreditkarte nehmen und, äh, dann geht das, glaub ich äh, oh, äh, ja dann kann man was kaufen ähm gehen wir zu Andere, bei Lesen und Schreiben kann ich nicht, deswegen gehen wir zu Bannern und näh, ist so cool, äh, da macht man so Rechtsklick und dann speichert, oh nein, ah, Alter, das ist kaputt und, äh, äh, und, und dann gibt's noch Home so und da kann man auch ganz viel machen zum Beispiel sich so Videos von den Spaß, die sie angucken so, es kostet, glaub ich, Geld und das hab ich nicht äh, jetzt Ende noch ne, also ich muss ja mal sagen ähm, es geht ja gar nicht, ne weil Prinz doos auf die Seite gekommen das find ich voll unfair ja, ne weil wir wurden auch verarscht von einem Faker von Maxi, ja und ich will jetzt auch, dass du meine Sendung kommst ja nix da, du kannst wenigstens mal zurückschreiben und sagen, dass ich blöd bin ne so geht das hier aber nicht bin ich beleidigt nee, nee, sag ich nix mehr ach ja, ich muss ja noch was sagen und zwar, ähm ne, also bitte 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 ne, Prinz doos verarsch dich nie wieder selber in einem Video euer Kingside okay Vielen Dank.